Ja, vielen Dank Christian Adolf, Gerd Klemminger ist bei mir, der Trainer des SV Darmstadt 98. Herr Klemminger, wir haben eben gerade gesehen, die Mannschaften, die hier aufgehoben sind, haben sich zum Teil extrem verändert, vor allem Kickers Offenbach. Wie sieht es beim SV Darmstadt 98 aus? Ja, bei uns sieht es so aus, dass wir uns nicht großartig verändert haben. Wir haben im Kader vier neue Felsspieler plus einen Torhüter, der momentan noch verletzt ist leider. Aber ansonsten haben wir das Gros einsparsam gehalten. Wie schwer oder leicht ist es eigentlich, Spieler zu motivieren, zu einem Verein zu kommen, wo das Damoklesschwert der Insolvenz drüber schwebt? Ich muss sagen, von der Bereitschaft her hatten wir bisher keine einzige Absage gehabt. Die wollten alle bei uns spielen, beim Böll und Faltor, bei den Lilien. Knackpunkt ist halt immer die finanzielle Angelegenheit dann und da haben wir dann meistens die Loserkarte gezogen. Wie ist denn Ihre Information für die kommende Saison? Glauben Sie, Sie können komplett durchspielen? Wird der Insolvenzantrag zurückgenommen? Was ist Ihre Perspektive für die kommende Saison in der Fußballregionalliga? Keine Ahnung, darüber machen wir auch keine Gedanken. Das hat es für mich auch von der Mannschaft wegzuhalten. Wir gehen davon aus, dass wir das schaffen. Bisher hat das Präsidium hervorragende Arbeit geleistet. Ich denke auch, dass wir den Rest noch packen werden, sodass wir die Saison vom Anfang bis Ende durchspielen werden. Da wünschen wir alles Gute, auch für das jetzige Spiel. Noch ein kurzer Blick auf die Zuschauertribünen. Sind Sie ein bisschen enttäuscht oder ist das so, dass wir sie erwartet haben? Hätten mehr kommen können, auch von den anderen Vereinen, weil ich glaube, die Darmstädter Fans sind ja recht zahlreich hier. Aber so von den Gästen her sehe ich nicht allzu viel enttäuscht. Ach, enttäuscht nicht. Man hat Ferienzeit, sage ich mal, toll ist, dass die Mannschaften hier sind. Natürlich hätte man vielleicht auch von den Kickers ein paar mehr Zuschauer erwartet. Aber okay, gut, das ist eine hervorragende Sache hier. Und die Clubs wollen uns helfen und ich denke, das soll den Vordergrund stehen.